Willkommen zurück bei Mr. M am Nachmittag. Heute sind wir wieder hier mit Francesca. Nun Francesca, wie sieht's heute aus? Was haben Sie heute vor? Heute habe ich vor, die 100er-Marke zu knacken. Schießt morgen! Wie immer. So, nun, glauben Sie, Sie schaffen das heute? Natürlich. Nun, das wollen wir jetzt sehen. Charlie! Das ist Schießbarke Nummer 1. Schaffen Sie es heute? Natürlich werde ich das schaffen. 100 Stück. 100 Stück. Dann legen Sie los. So gut. Ich gucke mal ein Sauberlatsch. Wird Francesca die 100 Cheeseburger schaffen? Was hat es mit Charlie und den Cheeseburgern auf sich? Werden sie irgendwann verschwinden? Das alles sehen Sie September 2009 bei Mr. M am Nachmittag. Charlie! Mein Gott!